Wie stark ist der Mensch? Wie stark? Wie viel Ängste, wie viel Druck kann er ertragen? Ist er überhaupt so stark, wie er oft glaubt? Wer kann das sagen? Hurra, wir leben noch, was mussten wir nicht alles überstehen? Und leben noch, was ließen wir nicht über uns ergehen? Der blaue Fleck, auch unsere Seele geht schon wieder weg. Wir leben noch, hurra, wir leben noch, nach jeder Eppe kommt auch eine Flut. Wir leben noch, gibt uns in dies gefühlig neue Mut und Zuversicht. So selbstverständlich ist das nicht, wir leben noch. Wie stark ist der Mensch, wie stark? In der Not hielt weder Zorn noch Lamentieren. Wer aus Lauch erbutt, verzagt und nichts mehr tut, der wird verlieren. Hurra, wir leben noch, was mussten wir nicht alles überstehen? Und leben noch, was ließen wir nicht über uns ergehen? Ach, keinerlei, der hält wie noch ein Mal an uns vorbei. Wir leben noch. Hurra, wir leben noch, nach jeder Eppe kommt auch eine Flut. Wir leben noch, gibt uns in dies gefühlig neue Mut und Zuversicht. So selbstverständlich ist das nicht, wir leben noch. Hurra, wir leben noch, nach all dem Dunkelsee, wie wieder Licht. Wir leben noch, ihr Satz bekam ein anderes, der wie so schlimm es ist. Es hilft, wenn man das nie vergisst. Wir leben noch, wir leben. Wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch.